Ab dem 1. April 2015 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Harst. Die Wohnung wurde 1969 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 66 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 710 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.